Ist es wirklich so, dass ich alles damit lernen kann? Speed-Learning-Techniken wie der Gedächtnisbelast, das sind echt faszinierende und effektive Techniken, um alles schneller zu lernen als je zuvor. Aber ist es wirklich so, dass ich alles damit lernen kann? Welche Fächer kann ich denn nicht damit lernen? Niki fragt in einer E-Mail. Ich musste eine erste Lektion oder ich musste eine Lektion über Gedächtnispaläste noch einmal durchgehen. Aber ab wann verwendet man am besten einen Palast und wann nicht? Super Frage, liebe Niki. Also dazu kann man Folgendes zur Antwort geben. Der Gedächtnispalast, der ist für 95% aller Lernfächer top geeignet. Egal ob du in der Schule bist oder an der Uni oder eventuell im zweiten Bildungsweg. Sogar für das Einkaufen und ganz alltägliche Dinge ist er super geeignet. Immer wenn es quasi darum geht, Dinge abzuspeichern und sie lange zu behalten und eben auch schnell abzurufen, dann ist der Gedächtnispalast top. Nun gibt es da viele Menschen, auch Lehrer, die zum Beispiel sagen, echtes Wissen, das ist nur Anwendungswissen. Also nur Anwendungswissen ist echtes Wissen. Es nützt nichts, wenn meine Schüler stur Wissen auswendig lernen. Sie müssen in der Praxis das Wissen auch anwenden können. Gut, diesen Punkt verstehe ich. Alles Wissen, das wir uns aneignen, sollte nie nur reines Kopfwissen sein und bleiben, sondern uns ja auch und anderen Menschen vor allem dienen. Aber Anwendungswissen gegen Faktenwissen auszuspielen, das ist nicht weise. Denn ohne Faktenwissen gibt es kein Anwendungswissen. Ohne Faktenwissen gibt es kein Anwendungswissen. Der beste Chemiker wird seine chemischen Reaktionen nicht anwenden können, wenn er nicht zuvor tausende chemische Verbindungen und Reaktionen gelernt hat. Das wäre quasi wie ein Haus zu bauen, ohne vorher das Fundament zu legen. Ich will nur Anwendungswissen, sagt da jemand. Und da baut er sich die Mauern hin, ohne vorher ein Fundament zu legen. Was wird wohl passieren mit diesem Haus, wenn der nächste Sturm daran klatscht? Es würde zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Wir sehen also, Anwendungswissen braucht ein Fundament. Und das Fundament, das ist das Faktenwissen. Jeder Medizinstudent würde lachen, wenn jemand behaupten würde, nur Anwendungswissen ist wahres Wissen. Faktenwissen brauchen wir nicht. Und seien wir ehrlich, würdest du dich von einem Arzt operieren lassen, der nach dieser Devise sein Medizinstudium abgeschlossen hat? Wohl sicher nicht. Wir brauchen also beides. In ausgewogener Form. Und da ist natürlich der Gedächtnispalast top, wenn es um Faktenwissen geht. Damit können wir uns in enorm kurzer Zeit in allen Bereichen des Lernens ein solides Fundament legen. Ob Vokabeln, Formeln, Zitate, Rechtstexte aus Jus und Jura, Chemieformeln und Reaktionen, Anatomie, ganz egal, was es auch immer ist. Und all das können wir mit dem Gedächtnispalast in kürzester Zeit uns so merken, dass wir es nicht mehr wieder so schnell vergessen. Und die einzige Ausnahme, und damit sind wir bei deiner Frage, sind quasi die 5%. Wir haben ja gesagt, 95% alles Faktenwissen sozusagen können wir uns mit dieser Technik sehr gut merken und sehr schnell und sehr effizient. Diese 5% wären zum Beispiel Mathematik. Mathematik, dort wo es um Rechenvorgänge und logische Folgen geht, dafür ist der Palast nicht so gut geeignet. Aber auch hier, selbst den logischen Rechenvorgang an sich, den können wir herunterbrechen und auf seine Abfolge herunterbrechen und uns im Gedächtnispalast merken. Und ebenso viel treffsicherer die Rechenoperationen lösen. Aber wir werden natürlich bei Mathematik nicht so viel in unseren Gedächtnispalast gehen, wie jetzt zum Beispiel beim Vokabellernen oder beim Grammatiklernen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, liebe Niki. Und ich freue mich, wenn ich wieder von dir lese natürlich. Und deshalb auch die Frage an die Zuhörer und Zuseher hier, was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Schreib mir deine persönlichen Fragen, die ich hier im Podcast für dich beantworte, indem du dich auf rethinkingmemory.com slash community zum kostenlosen Rethinking Memory Community anmeldest. Und dann schreibst du mir einfach deine Fragen, indem du auf eine meiner E-Mails antwortest. Und vergiss auch nicht, uns auf YouTube zu folgen. Die Zuseher können das ganz komfortabel hier unten mit dem Abonnieren-Button tun. Und die Podcast-Hörer finden den Link dazu in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bis zur nächsten Episode. Ciao.